ja hier drüben und damit hätte kommen zurück ja bei mafia und ich versuche immer noch hier irgendwie ja durchzukommen keine ahnung wie genau das gehen soll ja alle zusammen ok dann mal gucken der eine fliegt so weit weg von den fassen wir kommen aber ja es gibt boink so ja dann laden wir nach ja ich komme da so schlecht hin aber ja genau wie feuer ja genau das ding brennt da hinter mir und ich ja klar ja 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 wo geht da hin hier im Wasser kann ich ja leider nichts machen Tommi kann ja nicht schwimmen ich knall dir deine Eier weg man ja wie das stimmt noch aber das bringt ja nichts hier rein naja gut was zum sammeln hallo Prozent 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 ein Boot das und die Sattel waren und Leute die ziemlich nass sind sind ok warum du musst was du musst was ich mache dich fertig ich mache dich fertig genau oh Gott wieder so wenig das ist ja wohl nicht war war der das wieder ach Mann ey wer sagt das hm nein das her sein das hat was macht das das hat also Ja gut. Ich kann nur hier rüber weg, aber nicht auf die andere Seite. Also... Der ballert auch da oben, aber der drückt mich ja so nicht. Das ist rot, ich treff den, aber der fällt noch nicht um, ey. Ich treff den. Na, jetzt fällt er runter, ey. Okay. Ich hab hier jetzt auch so ein Drama getroffen, ey. So. Wahnsinn. So viel bezahle ich euch! Endet alles auseinander! Ähm... Ich hab doch erstmal hier eine Ecke. Ähm... Da ist einer. Endstation! Ha, 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 ha. So. Oh Gott. Die haben wir ein bisschen spät gesehen hier. Doch, doch, doch. Ach. Ach. Oh, Feuer. Nein. Nimm ihn in die Zange. Ja, mach doch. Ich muss nicht! Tja. Oh, da hätten wir einen. Hm. Ich sehe ihn! Es geht in Deckung! Hm. Na, wo bist du denn, hä? Ei, 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 ei. Okay, er läuft da. Da läuft er jetzt. Ja, das kommt ja noch. Toll. Irgendwann nur einer da. Ja, das kommt ja noch. Ja, das kommt ja noch. Ja, der hat mich zugrechnen. Hei, ei, 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 ei. Ich muss auch nachladen. Aber ich sag dir nicht. Doch, bombt jetzt weg. Tja. Was machst du denn da draußen, hä? Was machst du denn da draußen, hä? Okay, ich hab ihn gesehen. Er hat mich hier nicht gesehen. Hoffen wir mal, das war jetzt hier der letzte. Ach. So fühlt man sich doch gleich viel leichter, hä? Oder besser. Knall ihn ab! Hol sie da runter! Mr. Morano, gehen Sie ins Depot! Wir halten ihn auf! Ähm. Wird sich gut anfühlen, dich umzulegen. Äh. Lass mich hier weg. Säubere den Hof. Gerne. Da ist nur Alsenwahn. Rück zu ihm vor! Ja. 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 Ein, zwei, drei. Haa, hab ich dich! Wie hab ich dich? Wo denn? Wie hab ich dich? Du Knochen. So macht man das. Hier in Deckung! Wieder drei. Kann ich da oben hoch? Okay. So. Nein, Feuer. Ach, lass doch doch lachen, Mann. Äh... Ja, lade du mal nach. Okay. Äh... Der ballert jetzt wohin und überhaupt warum? Okay. Äh... Lade da! Er hat's auf mich abgesehen! Ei, 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 ei... Knallt ihn ab, bevor er mich erschießt! Ja... So... So... Okay, das habe ich nicht so getroffen. Ähm... Äh, da bin ich nicht. Außer nicht gucken. Hab ich dich! Ich steh unter Beschoss! Ähm... Nein, geh doch nicht da hoch! Nimm das! Ich nehm das, ja! Ja... So... Findet ihr einen Weg ins Depot... Popo... Habt ihr vorhin einen Weg dahin gefunden? Hm... Mhm... ok mal gucken ob hier noch irgendwie muni fetten kann da haben wir ein gewehr und frontflinte ein bisschen mehr moni drin ja die pistole ist gut die habe ich hier ok gut dann ist die wir auch ein bisschen geladen das ist toll so haben wir gucken was ist passiert ein gottverdammter zug ja ok 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 geh du jetzt mal weg da hör du wackel den Arm molotov ist unterwegs nein da geht es nicht ich gehe in deckung kein selber verbrennen ich bin doch dahinter wie könnt ihr mich hintertreffen sag mal ich bin doch dahinter wie könnt ihr mich hintertreffen song angeles werfen den molotov lassen wir nun nein judgments he Okay, den habe ich. Ich schmeiß auch mal was, wenn die werfen können, kann ich sie auch. Aua, tut doch weh. Ich treffe die jetzt für ein paar Male, also. Boah, dass die mal so oft getroffen werden müssen, ey. Was nehme ich? Nein, noch nicht. So, ich hab dich. Okay. Ja, schön, morgen mit mir, das ist toll. Oh, das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Ach, das ist gut. Äh... Lock, lock, lock. Was willst du? Geld? Geld kann ich dir geben. Wenn du mich umbringst, wird mein Bruder alles vernichten, was dir lieb ist. Ach ja. Bringen wir's zu Ende. Okay. Moment. Hier, fang mal. Ähm... Wo bist du denn, hä? Hallo. Oh Gott. Das ist mir nur angeschossen, du Arschloch. Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Da würde ich jetzt aber nicht umballern. Dann geht alles hoch. Was hab ich dir gesagt? Niemand kann mir was. So viel Glück hast du nicht. Bastard. Warte. Nein. Nein! Ah! 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 Das Video ist beendet. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Mach's gut und lass ihn nicht von der Mafia wissen, ne? Und bleibt gesund. Bye, bye.